Mein Name ist Simon Bichler. Ich bin seit meinem Abschluss an der HTL Kuchl in der Holzbranche als technischer Vertriebsmitarbeiter tätig und davon schon seit vier Jahren bei Binderholz. Meine Aufgaben beginnen bei der technischen Beratung, Ausarbeitung und Kalkulation von Angeboten bis hin zur Abwicklung von Brett-Sperrholz-Projekten. Die Kunden berate ich einerseits auf kommerzieller Ebene, aber vor allem auf technischer Ebene. Dabei arbeite ich in enger Zusammenarbeit mit der Produktion und unseren internen technischen Abteilungen zusammen. Am meisten schätze ich die Abwechslung durch den Kontakt zu anderen Menschen aus anderen Nationen. Im internationalen Bereich muss man besonders auf die länderspezifischen Besonderheiten eingehen. Wie man so schön sagt, andere Länder, andere Sitten. Das ganz Besondere an meiner Arbeit ist, dass ich für die Kunden Binderholz bin, da ich sehr oft die einzige Ansprechperson bin und somit die Firma repräsentiere. Daher trägt man auch eine sehr hohe Verantwortung. Bekらieft & Dörfer